Aristoteles gilt als der wichtigste Vertreter einer sogenannten Tugendethik. Für Tugendethiker ist die zentrale moralische Frage, was für eine Art von Mensch wir eigentlich sein sollen, was für einen Charakter wir haben sollen. Und Aristoteles meint dazu sinngemäß, werde ein Mensch, der seine Vernunft, aber auch seine Gefühle so entwickelt, dass er tugendhaft handelt. Denn das ist notwendig, um glücklich zu leben und das wollen wir doch alle. Und tugendhaft handelt derjenige, der regelmäßig mit Leichtigkeit und sogar einer gewissen Freude das Richtige wählt. Und das Richtige ist oft, nicht immer, die vernünftige Mitte zwischen den Extremen eines zu viel und zu wenig. Glück haben reicht nicht. Und wenn wir das besonders gut gemacht haben, diese Fähigkeiten zu entwickeln, dann besitzen wir, was diese Fähigkeiten anbelangt, Arete, was man mit Tugenden übersetzen kann. Und da unterscheidet Aristoteles zwei Arten. Die Verstandestugenden und die ethischen Tugenden. Die Verstandestugenden sind die, die uns als Vernunft- und sprachbegabte Wesen auszeichnen. Und mit denen können wir erkennen, wie wir in einer spezifischen Situation ethisch betrachtet handeln sollten. Zum Beispiel, dass und wie ich einem Freund oder einer Freundin helfen muss, wenn die in bestimmten Schwierigkeiten sind. Aber zu wissen, was das Richtige ist, reicht für einen guten Charakter nicht aus, denn man kann ja auch wieder besseres Wissen handeln. Und zwar dann, meint Aristoteles, wenn uns unsere Gefühle im Weg stehen. Kein Bock auf etwas haben, zum Beispiel. Jezornig sein. Zu viel Angst haben. Zu impulsiv sein. Modern könnte man da vielleicht von unserer motivationalen Struktur sprechen. Glücklicherweise, meint Aristoteles, können wir diese Gefühle aber vernünftig formen. Und wenn wir das machen, dann verfügen wir über ethische Tugenden. Und wählen, wenn wir auch unsere vernünftigen Tugenden ausgebildet haben, die Mitte, die vernünftige Mitte zwischen Extremen. Die wichtigsten ethischen Tugenden sind für Aristoteles übrigens gerecht sein und ein guter Freund sein oder eine gute Freundin. Und die Behauptung, dass das Richtige oft die vernünftige Mitte zwischen den Extremen ist, nennt man Aristoteles Mesotes-Lehre. Mesotes, griechisch, heißt schlicht Mitte. Ich erkläre das mal am Beispiel der Tapferkeit. Die betrifft unser Verhalten in gefährlichen Situationen, etwa in einer Schlacht. Da kann man zu viel von etwas haben, nämlich von Angst. Dann bin ich feige und renne weg. Ich kann aber auch zu wenig Angst haben. Dann verhalte ich mich tollkühn und opfere nutzlos mein Leben. Habe ich aber vernünftig viel Angst, dann bin ich in der Lage, freiwillig die vernünftige Mitte zu wählen und standzuhalten, wenn das militärisch sinnvoll ist, und mich zurückzuziehen, wenn das sinnvoll ist. Beides ist Tapferkeit. Braucht man übrigens nicht nur als Soldat, sondern zum Beispiel auch, wenn jemand in der Klasse gemobbt wird. Wie erkenne ich nun aber, was denn dann sinnvoll ist? Das ist die Aufgabe der Verstandestugenden. Die müssen alle relevanten Umstände bedenken. Was es überhaupt für Handlungsmöglichkeiten gibt? Dazu muss ich dann schauen, was denn andere so in einer Situation machen und nicht nur meine Freunde. Und ich muss meine eigenen Fähigkeiten und Ressourcen bedenken. Ich brauche also ein realistisches Selbstbild und ein realistisches Bild der äußeren Umstände, um das Richtige zu erkennen. Und ich brauche die richtige emotionale Struktur, um das dann auch zu tun. Wie bekomme ich die? Nicht durch Belehrung. Das wäre schön einfach, aber so läuft das nicht. Sondern durch Gewohnheit. Ethos heißt unter anderem schlicht Gewohnheit. Indem ich regelmäßig das Richtige tue. Durch Training im Guten sozusagen. Und das am besten schon seit meiner Kindheit. Denn das formt meine Motivation, was mir Lust und Unlust bereitet. Wie ich spontan auf etwas reagiere. Und dann fällt es mir immer leichter, das Richtige zu tun. Und irgendwann macht es sogar Freude. Ein bisschen wie beim Joggen zum Beispiel. Man sieht, tugendhaft zu sein, setzt immer ein Teamwork von Verstandestugenden und ethischen Tugenden voraus. Es ist also ein wirklich ambitioniertes Projekt und zwar fürs ganze Leben. Aber es lohnt sich, mein Tugendethiker und Aristoteles, weil es die notwendige Voraussetzung ist für ein glückliches und sinnvolles Leben. Und wer Näheres dazu wissen will, hier auf dem Kanal gibt es ein ausführliches Video zur Aristoteles-Ethik. Da kann man dann in der Prüfung auch auf eventuelle Rückfragen clever antworten. Ich bin in der Prüfung auch auf ein contradictor sesseln. Ich bin in der Prüfung. Ich bin in der Prüfung auch auf der Prüfung. Und wenn ein Prüfung ist, ich bin in der Prüfung auch auf der Prüfung. Vielen Dank.